Moin's Guys, euer Fifa Sweat, der Speck am Start mit einem weiteren Player Review auf meinem Kanal und wie ihr es schon am Titel erkennen konntet, geht es heute um Chiro Immobile, 84er Info, meine lieben Freunde, der auf alle Fälle mit 83 Pace, 86 Schuss, 77 Physical und 80 Dribbling auf alle Fälle ziemlich nice Werte hat, dazu hat auch noch 4 Star Weakfoot, 3 Star Skill, starker Fuß ist rechts, 1,85 Meter groß und hoch, mittel Arbeitsrat, meine lieben Freunde und er auf alle Fälle ein ganz nice Spiel, ihr könnt euch nochmal ganz kurz die Sets zum Kurzstopp mal anschauen und er auf alle Fälle ein richtig teurer Stürmer mit 103.000 Münzen zum jetzigen Zeitpunkt, auf alle Fälle nicht wirklich günstig, meine lieben Freunde, ich bin trotzdem mal gespannt, wie er sich so schlagen wird, um ihn drum herum, habe ich hier dieses Team gebaut, eigentlich mein Manscord, weil ich habe eigentlich ein günstiges Team, normalerweise stehe ich mit Defrel und Enteb hier vorne rein, aber heute steht dort eben mal ein Giro Immobile Inform und muss dem Gegner zeigen, wo der Hammer hängt, meine lieben Freunde, meine kranke Reaction zu Hamshake auch jetzt oben in der Infokarte und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Spiel und hoffen, dass es ganz gut ausgehen wird. Und wir haben ja auch schon das Team unseres Gegners, setzt hier auf Brasilianer und ich glaube, die haben gar nicht mal so schlechte Skills, zumindest ein Jean Orsenio hat einiges drauf, teils auch ziemlich gut und auch der Stürmer ist gar nicht mal so schlecht, seine Schwächen liegen in der Verteidigung und ich hoffe mal, das können wir mit Giro Immobile hier am Ende ausnutzen. Und jetzt kommt gleich mal Longshot in der ersten Spielminute und da prüfen wir schon mal den gegnerischen Keeper hier gefährlich. Der gute alte Horeo Gomez hieß der, ich glaube, der war auch mal bei Hoffenheim im Kasten. Da haben wir Bernadeschi. Boah, schön, wie wir uns hier durchsetzen. Oh, da fliegen Spieler bei uns durch den Strafraum. Ball und der Gegner hat eine Pause angemeldet, gönnen wir Digi. Und unser erster Gegner hat hier gequittet. Und das ist ja auch schon unser Gegner, OP, BPL, wie es mir am besten gefällt. Ohne Witz, Mann. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt mich keiner mehr, aber wer diesen Satz noch könnte, auch sie versiebt sind, er ist dieses Jahr immer noch mal. Er mag keinen Bock gegen diese Teams zu spielen. Aber auf geht's. Wollen die jetzt mal endlich den Ball reinschießen? Es wird hier langsam absolut lächerlich. So, jetzt, Giro. Giro. Giro Immobile. Immobile mit dem 1 zu 0 in der 21. Spielminute. Ein Schuss, ein Tor Immobile, Alter. Oh mein Gott. Nachdem wir die ganze Zeit unter Dauerbeschuss von dieser OP-Mannschaft waren, setzen wir hier den Konter. Immobile startet im richtigen Moment. Und wir können hier das überlebenswichtige erste Tor erzielen. Allerdings muss ich sagen, der Gegner aktuell, wie von einem anderen Stern, natürlich mit dieser verfluchten BPL-Mannschaft. Am Schick, Am Schick, das gibt's nicht. Und jetzt komm, Immobile, setz hier den entscheidenden Pass auf Am Schick. Wir ziehen hier zurück. Ach Mann. Aber trotzdem stark durchgesetzt hier von dem Stürmer. Und Immobile auf Am Schick. Und Am Schick wird hier gefoult, das juckt die Chiri nicht. 55er Freistoß oder so hat der Kollege. Und der Gegner pisst sich dort hinten ein. Oh. Setz dich nicht im Kopf bei Duell durch. Doch das kann der nicht so gut zu können. Oh mein Gott. Erste Halbzeit ist hier vorbei, Jungs. Ihr könnt sehen, es ist so P-B-PL. Man kann da nichts machen. Wir haben ein sehr guter Gegenhalt mit Immobile und Tor. Am Schick. Am Schick. Oh, Immobile. Und da ist irgendein Mitspieler. Was schaut der für ein Schuss raus. Gone Along. Schade. Immobile bitte. Und er macht das zweite Ding in der 87. Spielminute. Und wie hat es gehört. Das war der Sound des Schwitzens. Einfach mal ruhig geblieben. Aufs zweite Tor gegangen. Und da macht Chiro Immobile auch noch das zweite Ding. Eiskalt ist der Junge dort vorne. Und da ist das Spiel auch vorbei, meine lieben Freunde. Und zu Chiro Immobile gibt es einiges zu sagen. Er ist ein Stürmer, der immer freistand. Zu jeder Zeit anspielbereit war. Er ist ein sehr beweglicher und dribbelstarker Stürmer. Aber was mir vor allen Dingen auch aufgefallen ist. Zwei. Meistens eher etwas ungewöhnlichere Sachen. Manche da vorne. Trinär ist saueiskalt. Er hat aus seinen wenigen Chancen die Dinger gemacht. Das muss man ihm auf alle Fälle hoch anrechnen. Die einzigen Makel, die ich mit ihm habe, ist eher gesagt das Pace. Und in der Physis hatte er starke Probleme. Aber er hat zwei Tore gegen eine kranke BPL-Verteidigung gemacht. Und das muss man auf alle Fälle zu würdigen. Das ist mein Lieben Freund. Ich würde sagen, 100k ist der Kollege nicht wert. Aber auf alle Fälle, wenn er sinken wird, kann ich ihn nur empfehlen. Und damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne für weitere Player-Videos. Es geht wieder los. Vielleicht. Ich muss mal schauen. Je nachdem ihr wohl Bock habt oder überhaupt noch irgendeiner Lust hat. Und ich würde sagen, checkt doch gerne was in der Infokarte aus. Ich bin raus. Das ist euer FIFA-Sort der EF raus. Haut rein und ciao.